Hast du dich schon mal gefragt, ob es eine Reihenfolge gibt, wie Übungen untereinander in einem Trainingsplan aufgebaut werden? Also hast du dich schon mal gefragt, welche Reihenfolge wäre denn für dich tatsächlich optimal, um das bestmögliche Resultat aus deinem Training rauszubekommen? Wenn ja, auf jeden Fall dranbleiben, denn das verrate ich dir jetzt. Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nils, ich bin dein Personal Trainer und ich werde dir hier in diesem Video vier Tipps mit an die Hand geben, die du nutzen kannst, um auch deinen eigenen Trainingsplan aufzubauen oder aber auch, um deinen Trainingsplan zu kontrollieren. Denn es gibt natürlich eine richtige Reihenfolge, wenn man Trainingspläne schreibt. Es gibt also Richtlinien aus der Trainings- und Bewegungslehre, die wir alle, alle Fitnesstrainer kennen sollen und auch anwenden sollen, damit unsere Kunden, also auch du, das bestmögliche Resultat bekommen, aber, aber auch sicher ihr Training durchlaufen können. Lass uns nicht lange drum herumreden, wir starten mit Regel Nummer 1. Du solltest die großen Muskelgruppen immer vor den kleinen Muskelgruppen trainieren. Ich gebe dir hier ein kleines Beispiel zu. Wenn du einen starken Rücken aufbauen möchtest, Rückenmuskeln, ja, egal ob aus Gesundheitsgründen oder auch aus optischen Gründen, dann macht es natürlich absolut Sinn, sich erst um die Rückenmuskeln zu kümmern, diese müde zu trainieren und danach auf die Armmuskeln umzuschwenken. Der Hintergrund ist folgender. Dein Rückenmuskel ist doch viel, viel größer und stärker als die kleinen Armmuskeln. Und es ist sowieso schon eine Kunst, den Rücken richtig zu trainieren und den auch wirklich mit den Reizen zu treffen. Wenn du jetzt vor dem großen Rückenmuskel schon die Arme müde machst, dann hast du noch gar nicht mehr genügend Kraft, damit überhaupt noch ein passender Trainingsreiz auf deine Rückenmuskulatur ankommt. Große Muskelgruppen immer vor den kleinen Muskelgruppen aus den eben genannten Gruppen. Regel Nummer 2. Du solltest in einem Trainingsplan immer mit sogenannten Mehrgelenksübungen starten, auch Capound-Übungen genannt. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel deine Beine trainieren möchtest, startest du, wenn möglich, mit der Kniebeuge oder auch mit der Beinpresse. Und erst danach gehst du auf die Isolationsübungen. Das heißt, erst Mehrgelenksübungen, dann Isolationsübungen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wenn du natürlich schon von vornherein mit Isolationsübungen startest, ist einfach deine Kraft und auch deine Stabilität in den Gelenken natürlich nicht mehr so gut, wie sie am Anfang gewesen ist. Ich möchte hier einmal ganz kurz sagen, natürlich gibt es auch Trainingsprinzipien, die genau darauf abziehen, mit einer Vorermüdung zu arbeiten, wo man erst die Beine isoliert ermüdet und dann die großen Schwermübungen macht. Aber darum soll es nicht gehen. Das hier ist für die Grundlage für Beginner, für Leute, die neu starten wollen. Also, du solltest tatsächlich erst die großen, schweren, komplexen Übungen machen. Und dann, wenn du diese wirklich gut gemacht hast, gehst du weiter und machst halt deine Isolationsübungen. Für die Beine, bestes Beispiel, Beinpresse zuerst, Beinstrecker, Beinbeuger danach. Lass uns weitermachen mit Regel Nummer 3. Wenn es deinen Trainingsplan hergibt, solltest du deine freien Übungen mit freien Gewichten, wie zum Beispiel Bankdrücken, immer vor der Maschine machen. Einfach, damit du noch von der Haltung her genügend Kraft hast, um wirklich sauber zu trainieren. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt natürlich Trainingsprinzipien, die darauf abziehen, die Muskulatur vorab zu ermüden. Aber darum soll es ja nicht gehen. Wenn du zum Beispiel gerade mit dem Bankdrücken startest, dann mach doch das Bankdrücken ganz zu Beginn deines Workouts, damit du einfach noch genügend Kraft hast und genügend Konzentration hast, die Übungen auch sauber zu. Wir werden alle im Laufe der Trainingseinheit wahrscheinlich ein bisschen schluderig mit der Technik. Und wenn du freie Übungen machst, also die neu für dich sind, dann solltest du auf jeden Fall diese Übungen zu Beginn machen und hinten raus dann, wie gesagt, an die Maschine. Regel Nummer 4. Wenn du deinen Trainingsplan erneuerst, dann startest du bitte mit den neuen und komplizierten Übungen. Du startest immer eher mit den neuen Sachen, einfach weil deine Konzentration, deine Leistungsfähigkeit am Anfang natürlich noch viel, viel besser ist als zum Schluss. Die alten Übungen machst du doch nachher sowieso aus dem FF. Das heißt also, starte erst mit den neuen, komplizierteren Übungen, wo du wirklich auch noch lernen musst, wie die richtige Technik funktioniert. Und wenn du das dann beherrschst, kannst du wunderbar zum Schluss auf die alten Übungen umsteigen und noch das letzte Quäntchen an Energie bei dir raustrainieren. Ich fasse nochmal ganz kurz für dich alle vier Regeln zusammen, nachdem du deinen Trainingsplan organisieren solltest oder aber auch nachdem du mal deinen Trainingsplan unter die Lupe nehmen kannst, um zu schauen, ob das so passt. Regel Nummer 1. Große Muskelgruppen vor den kleinen Muskelgruppen. Regel Nummer 2. Mehr Gelenks vor Isolationsübungen. Erst Compound, dann Isolation. Regel Nummer 3. Du machst bitte zuerst deine freien Übungen, deine schweren, freien Grundübungen und gehst danach erst an die Maschine. Und Regel Nummer 4. Du machst zuerst die neuen, komplizierten Übungen vor den allen, die du schon kennst. Mit den vier Regeln hast du einen für dich sehr grundsoliden Aufbau, die ich jetzt aber noch einmal ganz kurz mit zwei Sonderregeln einmal ganz kurz noch optimieren möchte. Regel Nummer 5. Armtraining immer zum Schluss. Ich möchte dich darum bitten, dein Armtraining niemals zu Beginn deines Trainings zu absolvieren, weil das bedeutet, dass wir gegen Regel 1 verstoßen, ja, und du ganz einfach nicht mehr genügend Kraft in den Armen hast, um die großen Muskelgruppen im Oberkörper wirklich anständig zu trainieren. Das heißt bitte, dein Armtraining immer zum Schluss. Und Regel Nummer 6 ebenfalls, das Bauchtraining, beziehungsweise das Rumpfstraining allgemein. Bauch unterer Rücken. Solltest du gerade neu mit dem Training beginnen, bau das nicht am Anfang in deinen Trainingsplan ein. Wichtig, wichtig, wichtig. Mach das Bauchtraining auch immer zum Ende, gerne auch noch nach dem Armtraining. Wenn du deinen Rumpf schon vorab ermüdest, bist du natürlich nachher auch bei den Maschinen nicht mehr optimal bei 100% Leistungsfähigkeit. Und es kann einfach passieren, dass du dann im Laufe deines Trainings einfach merkst, dass deine Körperhaltung nicht mehr perfekt ist. Das kann sich bei jeder Muskelgruppe, bei jeder Übung zeigen. Deswegen mach auch dein Bauchtraining bitte immer zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen 6 Tipps einmal ganz kurz aufzeigen, wie dein Trainingsplan ungefähr aufgebaut sein sollte. Wenn du noch Fragen hast zu deinem persönlichen Trainingsplan, wie der Aufbau ist, ob der richtig ist, dann schreib ihn mir gerne einmal runter in die Kommentare. Wir gucken drüber und können dann sofort für alle, die dieses Video schauen, Verbesserungen daran vornehmen. Als letztes möchte ich dir natürlich noch ans Herz legen, unseren Kanal einmal zu abonnieren. Jetzt einmal ganz kurz die Glocke aktivieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und du wirst mit jeder weiteren Folge, die du dir bei uns anschaust, dein eigenes Training auf das nächste Level bringen. Somit verabschiede ich mich hier an dieser Stelle zum wiederholen Male. Ich würde mich freuen, dich im nächsten Video auf jeden Fall wieder begrüßen zu dürfen. Ich verabschiede mich. Ciao, dein Nils.